Musik Der bessere Start, der nicht loslegt Allein auch gewinnen als Racing Girl Alex Halk Bessere Startzeit hier bei Papp Der Bissere Startzeit Gibt es auf den Park Die 200 Liter Hefe von Kasten Für den Camp haben wir ihn hoffentlich etwas unter In der letzten Mal Sie einen kleinen Breakout fahren haben davon profitiert Es ist zu früh Oh mein Kühlschutz! Oh mein Kühlschutz! Und mit dem neuen Motor, mit dem neuen Compressor zu einer 4.0 bis 443 Sachen. Maja Utjan hatte die schnellere Reaktionszeit, aber dann kam die geballte Motorfrau von Anita Mekeles, Top Fuel Dragster. Riesenfreude bei Tom Haafanen und dem gesamten Team. Sie gewinnen die Nitrolympics mit einer weiteren 3er Zeit. Es ist wirklich nicht zu fassen.